So, der Burschi wird jetzt gleich mal wieder hier seine Runde drehen und euch sage ich erst mal herzlich willkommen zur White Life Zeit, heute am Samstag und nicht wie gewohnt am Sonntag und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich warte jetzt noch mal einen ganz kleinen Moment, bis die anderen auch eingeschaltet haben und dann legen wir los mit den aktuellen Artenschutz News am Samstag Abend, heute also ausnahmsweise mal an einem anderen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr, sehr schöne Woche, besser gesagt zwei schöne Wochen, so lange ist es jetzt her, wo die letzte White Life Zeit ja für euch da war mit den Artenschutz News und ich würde jetzt einfach direkt einfach mal starten und zwar geht es tatsächlich jetzt erstmal um ein kleines politisches Thema und zwar um den Umweltausschuss des Bundesrates. Da gibt es also einen neuen Antrag von dem Land Schleswig-Holstein, die also quasi die Neuordnung des Wildtierhandels fordern, so heißt es zumindest in ihrer Antragsvorlage, genau gesagt in der Drucksache 697-21 und hier geht es also um die Neuordnung des Wildtierhandels. Jetzt habe ich mich nun mal mit dem Antrag beschäftigt und tatsächlich kommt raus, dass nicht so viel Neues dabei ist, sondern erstmal nur quasi eine Wiederbelebung des geltenden Rechtes und da muss man tatsächlich sagen, ist das ehrlich gesagt so für mich nicht ganz so gut vorbereitet. Muss man an dieser Stelle wirklich sagen, es geht darum, den Wildtierhandel zu organisieren. Die Ansätze sind sehr, sehr gut. Es geht darum, Wildarten zu schützen, sie vom Aussterben zu bewahren, das Ganze zu organisieren. Man darf aber nicht vergessen, dass das Ganze tatsächlich schon organisiert ist, sowohl auf der europäischen Ebene, als auch auf Länderebene, als auch international und da muss man tatsächlich sagen, spielt das CITES oder Washingtoner Artenschutzakommen wirklich einen sehr, sehr großen Teil und eine große Rolle, aber auch der internationale Handel ist wirklich sehr, sehr gut organisiert. Jetzt kann man meinen, in dem Antrag steht jetzt drin, die Bundesregierung soll sich jetzt erst einmal damit beschäftigen, wie das mit den Tierseuchen und den sogenannten Zoonoses, also die von Tier auf Menschen übertragbare Krankheiten. Das Ganze ist tatsächlich auch organisiert. Es gibt auf der EU-Ebene und auf Länderebene wirklich sehr, sehr gute Gesetze dazu, die sich immer wieder weiterentwickeln. Und jetzt ist so ein bisschen für mich dieser Antrag tatsächlich eher ein Fleißantrag, um einfach überhaupt irgendwas zu machen, um das Thema nochmal auf den Tisch zu legen und eventuell einige Fallen einzubauen. Fallen deshalb, weil man muss dazu sagen, der Wildtierhandel und der Tierhandel generell ist also international gut organisiert in Bezug auf das CITES-Abkommen. Auf viel mehr haben wir sowieso keinen Einfluss, weil das spätestens hinter den EU-Grenzen ändern würde. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass natürlich internationaler Austausch von Wildtierarten durchaus wichtig ist, sowohl für den Erhalt der Population in den Zoos als auch bei Privatsüchtern, die sich für den Erhalt vom Aussterben bedrohter Tierarten einsetzen. Und tatsächlich kann man vielleicht sagen, wieso denn überhaupt eigentlich Handel und wieso muss das jetzt unbedingt sein, dass die Wildtiere gehandelt werden? Das hat tatsächlich auch steuerrechtliche Gründe, die also international geltend sind. Das heißt in vielen Fällen einfach nur Handel und tatsächlich wird da sehr, sehr häufig mit Proforma-Rechnungen gearbeitet, gerade wenn es um den Bereich Artenschutz, Zoos und die Tiere quasi in diesen Einrichtungen geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Privathalter, die diese Tiere auch halten und auch mit guten Begründungen halten und auch sehr, sehr stark und aktiv im Artenschutz sind, auch in großen Vereinen, die sich für den Erhalt vom Aussterben bedrohter Tiere einsetzen. Und auch dieser Transfer, dieser internationale Transfer von Tieren ist also wirklich durchaus wichtig für diese Organisation und auch für den Artenschutz an sich. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man diese Sachen immer im Blick hält und auf dem aktuellen Stand bringt. Tatsächlich sind aber auch Stellschrauben gedreht, deswegen weiß ich jetzt nicht so zu 100 Prozent, wieso dieser Antrag tatsächlich gekommen ist. Ich sehe auch, dass das Tierseuchenschutzgesetz in Bezug auf die Zoonosen und Anthropozoonosen, also das heißt also auch die von den Menschen auf Tiere übertragbaren Krankheiten, wirklich sehr, sehr gut beleuchtet werden. Tatsächlich sollte man da auch noch mal nachforschen, dass das ebenfalls Inhalt des Antrages, ob tatsächlich Corona wirklich von Wildtieren auf Menschen übertragen wurden und der Grund dieser Corona-Pandemie tatsächlich von Wildtieren kommt. Tatsächlich gibt es immer wieder Gerüchte darüber und Behauptungen auch von Politikern, die sagen, ja, die Corona-Pandemie ist von Tieren auf Menschen übertragen worden. Und natürlich gebe ich diesen Politikern Recht, dass die Corona-Viren in anderer Form auch bei Tieren natürlich vorkommen und die aber auch schon in den letzten Tausenden von Jahren vorgekommen sind. Und das ist tatsächlich ein Allerweltskeim, so würde man die Situation beschreiben, in der Tierwelt auch ist. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, der internationale Transfer von Menschen zwischen Kontinenten und Ländern ist deutlich, deutlich, deutlich größer als die von Wildtieren. Und bevor man diese Behauptungen natürlich aufsetzt, ist es natürlich wichtig zu wissen, ob es tatsächlich stimmt, dass die Krankheit Corona von Tieren auf Menschen übertragbar ist. Und dann hätte man also eine belastbare Grundlage, um zu sagen, okay, wir ändern oder passen jetzt das Tierseuchenschutzgesetz oder das Tiergesundheitsgesetz oder ähnliche Gesetze an dieser Stelle an, ohne das jetzt basierend auf Behauptungen tatsächlich auch zu tun. Deswegen, ich finde es spannend. Am 5.11. wird darüber im Bundesrat beraten. Ich werde mir die ganze Sache natürlich für euch und für mich und für die gesamte Zoo-Welt und Tierwelt und für Tierhalter angucken und hoffe, dass ich da interessante Erkenntnisse bekomme. Und auf der anderen Seite natürlich werde ich auch in Bezug auf die Bundesregierung und auch auf das Ministerium dazu eine Rückmeldung geben, um das Ganze wirklich nachhaltig zu beleuchten und auch am Ende eine sachliche Entscheidung zu treffen. Und da muss man tatsächlich vielleicht auch schon mal unterstützend eingreifen, gerade dann, wenn man sachkundig ist. Und ich kann euch das auf jeden Fall auch nur raten. Mischt euch ein in der Politik. Und wenn ihr Tierhalter seid, Artenschützer seid, in einem Zoo arbeitet oder ähnliches, schaut euch die Vorlage an. Ich sage euch jetzt nochmal einmal die Drucksache. Und zwar ist die Vorlage Drucksache 697-21. Ihr könnt lesen, was drinsteht und mitreden. Nur wer sich politisch einsetzt, kann auch am Ende mitgestalten. Deswegen rate ich euch das an dieser Stelle auf jeden Fall immer wieder. So, die nächsten guten Nachrichten kommen tatsächlich vom Luchs. Und zwar wurde nämlich in der Nähe von Hameln, also in Zentraldeutschland quasi, ganz nah am Safariland quasi, in Hameln, also einen Luchs entdeckt. Der ist da in eine Kamerafalle eingelaufen. Und das Weserbergland scheint also auch ein Zuhause von Luchsen zu sein. Und ich freue mich also, dass die Tiere den Weg bis nach hierhin gefunden haben. Und das Thema Luchs wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren wirklich ein ganz, ganz großes Thema werden. Deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir den Luchs in Europa und in Deutschland unterstützen können. Wie ein Wildlife Service, eine Auffangstation oder ähnliches für diese Tiere aussehen kann. Und wo bekommen wir die ganzen Tiere her? Das heißt, die Kommunikation mit den Zoos, unter den Zoos ist auf jeden Fall schon angestoßen. Ich habe schon mehrfach darüber berichtet, dass das Thema Luchs auf den Fachtagungen auch Thema wurde. Und das heißt, wir müssen uns also insgesamt darüber Gedanken machen, welche Auffangstationen, welche Wildtierstationen tatsächlich auch die Kapazitäten haben, um Luchse auch unterstützend zu züchten und auch am Ende Tiere entsprechend aufzunehmen, wenn sie verletzt sind. Man darf nicht vergessen, Deutschland ist ein sehr, sehr dicht besiedeltes Land. Und hier haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen, wie zum Beispiel in Westpommern, in Polen. Und trotzdem müssen wir natürlich dem Luchs einen Weg gewähren und diese ganze Sache unterstützen. Und da werden wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie das mit dem Thema Luchs in Deutschland weitergeht. Ja, dann gibt es noch eine interessante Nachricht, die NTV tatsächlich kommuniziert hat. Nichts Unbekanntes für einen Zoologen oder Biologen oder für einen Artenschützer oder Zootierpfleger. Und zwar ist es nämlich so, dass Elefanten immer häufiger ohne Stoßzähne oder ohne große Stoßzähne geboren werden. Und zwar liegt es also daran, dass die Genetik dieser Tiere sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Dadurch, dass immer große Stoßzahnträger, also sogenannte Taskerbullen, primär der Jagd zum Opfer gefallen wurden, haben sich also primär eher kleinere und Elefanten vermehrt, die also kleine Stoßzähne haben. Und so merkt sich das jetzt auch in dieser Genetik oder macht sich in der Genetik bemerkbar. Immer weniger Elefanten haben also große Stoßzähne, sondern eher kleine Stoßzahnansätze oder eben gar keine Stoßzähne. Und das ist also natürlich für den Elefanten ein Nachteil. Und deswegen ist es wichtig, auch an dieser Stelle da entgegenzuwirken und diese sogenannten Taskerbullen besonders zu schützen. Ganz einfach deswegen, damit die Genetik wieder ja quasi in die richtige Richtung gelenkt wird. Das Ganze erfolgt natürlich viel, viel Arbeit vom Wildlife Service der jeweiligen Länder vor Ort. Und das ist eben ganz, ganz besonders wichtig, weil nämlich der Elefantenstoßzahn also ganz, ganz wichtiges Werkzeug ist. Neben dem Rüssel der Tiere ist es also wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass die Stoßzähne intakt sind und auch groß sind, damit sie auch entsprechend eingesetzt werden können als Zugmittel, als Druckmittel zum Kämpfen, um irgendwas aufzuhebeln und so weiter sind also wirklich die Stoßzähne der Elefanten sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe für euch auch eine Frage des Abends vorbereitet. Und zwar fände ich es ganz cool, wenn ihr mitspielen würdet, mitraten würdet. Und wir testen natürlich euer Tierwissen an dieser Stelle. Und ich bitte euch, weiter dran zu bleiben und nicht zu googeln. Und zwar werden wir nämlich jetzt die Frage hier einmal kurz verlesen. Und zwar, welches Tier ist das lauteste Tier der Welt? Ihr könnt das in die Kommentare reinschreiben oder euch einfach mal Gedanken machen und einfach mitspielen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr das herausfindet. Bitte ohne zu googeln, seid ehrlich, welches ist das lauteste Tier der Welt? Wir werden es natürlich gleich auflösen mit einer Menge Wissen dazu. Aber erstmal machen wir weiter mit den Artenschutz-News. Und zwar geht es jetzt tatsächlich um das größte Klimaschutzprojekt und Artenschutzprojekt der Welt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr da schon von gehört habt. Und zwar gibt es nämlich in Afrika im Moment eine riesengroße Baustelle. Quer durch den Kontinent verläuft also bald ein sogenannter Baumgürtel, der die Sahara daran verhindern soll, sich weiter auszubreiten. Das heißt, jedes Jahr müssen also zehn Millionen Hektar Boden dafür aufbereitet werden, um wieder mit Pflanzen besetzt zu werden. Das Ganze soll bis 2030 passieren. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß dieses Projekt ist. Millionen von Menschen arbeiten gerade daran, diesen Baumspeckgürtel um Afrika herum aufzubauen, um die Sahara quasi in den Griff zu halten. Das Ganze ist ein ganz, ganz interessantes Projekt. Es schützt auf jeden Fall das Klima an dieser Stelle und auch den Lebensraum, der also jetzt für unterschiedliche Tierarten natürlich quasi vorgehalten wird. Sowohl in der Sahara leben natürlich Tiere, aber auch in den Sahara-Randregionen und auch in den weiterführenden Savannen, Regenwäldern und so weiter. Alles unterschiedliche Lebensräume und man versucht also jetzt quasi daran zu arbeiten, diese Region für sich zu schützen und die Sahara an ihrer Ausbreitung zu verhindern. Ungefähr 15 Milliarden Euro sind also kürzlich auch dafür nochmal in Paris bereitgestellt worden. Der Topf ist also voll. Es können Bäume gepflanzt werden und das schützt natürlich das Klima viel, viel mehr, als wir uns das eigentlich hier vielleicht mit unseren kleinen Maßnahmen und immer wieder hier Fördertöpfe aufzugreifen und da Fördertöpfe aufzugreifen und alles, ich sag mal, in Ungleichbahnen auch teilweise zu bringen. Natürlich ist das wichtig, nachhaltige Energie zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist es eben ganz, ganz wichtig, einfach Bäume zu pflanzen und das im größeren Stil. In Afrika wird das gerade gemacht und zu einem richtig großen Stil. Wie gesagt, 15 Milliarden Euro großes, schweres Projekt, was jetzt gerade auch nochmal weitergearbeitet wird und ich bin gespannt, wie dieses Projekt quer durch den Kontinent von Afrika irgendwann mal fertiggestellt wird und wie diese Pflanzen auf jeden Fall auch wachsen und ich finde es großartig, so ein nachhaltiges Projekt auf den Weg zu bringen und Leute, das ist Klimaschutz und wirklich Nachhaltigkeit, wenn man sowas voranbringt. Auch EU-Gelder sind da natürlich hineingeflossen, auch viele Privatmenschen haben also ihr Geld darin investiert und auch die Länder in Afrika haben einiges in die Wege geleitet, um das Projekt umzusetzen und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. So, weiter geht's und zwar mit einem Artenschutzprojekt aus Deutschland. Und zwar geht es tatsächlich an dieser Stelle auch wieder um Treibhausabgase und Klimaschutz und zwar geht es nämlich um Moore. Moore sind, wie ihr vielleicht wissen solltet, sehr, sehr gute CO2-Speicher und speichern tatsächlich die Treibhausgase viel, viel besser als ein Wald zum Beispiel und unsere Moore in Deutschland produzieren ungefähr 6,7% des gesamten deutschen Treibhausgases beziehungsweise deren Emissionen und deswegen haben Bund und Länder sich jetzt darauf geeinigt, großflächig Moore wieder zu vernässen, um gleichzeitig diese Speicherkraft weiter voranzutreiben und zu erhalten. Moore speichern also sehr, 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 sehr gut CO2, um das jetzt nochmal festzuhalten. Die Biodiversität wird dazu gefördert, zum Beispiel, ja, das Birkuhn oder auch der Moorfrosch haben wieder ausreichend Lebensräume, wenn das umgesetzt wird und auch dem Hochwasserschutz ist das wirklich sehr, sehr dienlich und deswegen auch in Deutschland das Artenschutzprojekt, was jetzt freigegeben wurde, was also in den nächsten Jahren hoffentlich großflächig umgesetzt wird, alle Moore, die irgendwie wieder vernässt werden können, wieder zu vernässen. Ein großartiges Projekt für mich auf jeden Fall auch, ein Daumenhof, nicht nur nach Afrika, sondern auch hier nach Deutschland, wo also wirklich einiges im Moment für den Natur- und Artenschutz getan wird. Ja, vier kleine Philippinen-Krokodile gibt es also aktuell im Zoo Köln und die sollen, kam jetzt raus, in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch auf den Philippinen ausgewildert werden. Das Philippinen-Krokodil ist eine hochbedrohte Krokodilart und deswegen ist es umso wichtiger, das Erhaltungszuchtprogramm des Kölner Zoos auch weiter zu verfolgen und weiter Tiere nachzuziehen, um möglichst viele von den Philippinen-Krokodilen am Ende auswildern zu können. Und auch für den Zuchterfolg nochmal alles Gute an den Kölner Zoo und für die Entscheidung, dass die Tiere eben ausgewildert werden. Auch ein großartiges Projekt und deswegen an dieser Stelle schöne Grüße nach Köln. Ja, ich habe eben schon die Frage gestellt, welches ist das lauteste Tier? Ein paar Antworten habe ich schon gesehen. Ratet bitte weiter, die Antwort gibt es gleich. Das Tier des Monats, der Heinz-Sielmann-Schiftung, habe ich gelesen, ist also die Smaragdeidechse und die kommt also primär im Süden von Deutschland vor. Nur noch in ganz, ganz wenigen Regionen, die Smaragdeidechse, ist also vom Aussterben bedroht. Und von daher ist es also wichtig, auch hierfür wieder Lebensräume voranzutreiben. Unter anderem auch der Moorschutz wird auf jeden Fall auch ein geeigneter Lebensraum für die Smaragdeidechse sein. Die liebt natürlich die Wärme wie viele Reptilien und deswegen kommt sie eher im Süden von Deutschland vor. Und wir hoffen natürlich, dass die Ausbreitung dieser Tierart wirklich wieder vorangetrieben werden kann und dass sich die Tiere eben auch von selbst wieder ausbreiten können. Und deswegen, ja, Daumen hoch auf jeden Fall nochmal für die Moore in Deutschland. Aber auch für andere Tiere in Deutschland können wir als Deutsche, als Mitbürger, als Einwohner jeder etwas tun. Und zwar nämlich für den Igel. Immer wieder kommen Menschen auf mich zu, also aktuell sogar täglich, die Igel einsammeln. Wenn ihr wirklich Igelhelden sein wollt, dann sammelt die nicht immer ein. Die Tiere haben ein Leben in der Natur und das sollen sie auch genießen und die Natur regelt da tatsächlich einiges. Und wenn ihr Igelhelden werden wollt und was für die Igelpopulation in Deutschland tun wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr zum Beispiel bei der Gartenarbeit ein bisschen aufmerksam seid und nicht unbedingt Mähroboter einsetzt, zumindest nicht nachts. Und das alles ist natürlich also wirklich dem Igel dienlich, damit er eben nicht zum Beispiel von Mähern klein gemetzelt wird oder verletzt wird oder auch von Kreiselmähern oder Motorsensen oder ähnliches. Da gibt es also wirklich auf jeden Fall eine Menge zu beachten. Und deswegen setzt diese Geräte mit Bedacht ein. Da sind scharfe Messer dran, können die Tiere tödlich verletzen und das ist natürlich nicht so gut. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel Schlupflöcher in Zäunen zu bauen. Viele Menschen denken gar nicht daran, die bauen also einen Gartenzaun ganz normal, den Maschenradzaun in Deutschland, wie das halt so üblich ist. Viele vergessen aber, dass auch Igel in unseren Städten leben. Und das nicht zu knapp. Es sind sehr, sehr viele. Ich sehe fast jeden Abend Igel und auch bei mir im Vorgarten lebt einer und bei mir im Garten auch. Und deswegen sorgt bitte dafür, dass die Igel auch hin und her wandern können zwischen euren Gärten. Achtet darauf, Schlupflöcher für Igel zu bauen. Und wenn ihr so ein Schlupfloch in eurem Garten habt, dann macht doch einfach ein Foto und schickt mir das gerne. Ich veröffentliche das gerne, damit ihr das quasi auch bei den anderen mal sehen könnt, wie sowas aussehen kann. Und das ist also wirklich sehr, sehr wichtig, Schlupflöcher zu bauen. Also fahrt vorsichtig mit dem Auto. Autos verursachen sehr, sehr viele Unfälle mit Igeln. Oftmals auch natürlich tödlich. Die Tiere haben Angst, werden angeleuchtet, rollen sich zusammen. Im Zweifelsfall werden dann sehr, sehr schlimm überfahren. Und das ist natürlich eine sehr, sehr häufige Todesursache. Ihr sollt jetzt nicht irgendwie den Lenker verreißen und euch selber irgendwie gefährden, sondern es geht darum, mit Bedacht zu fahren. Und wenn es zulässt, natürlich auch für ein Tier zu bremsen. Und das könnte natürlich auch ein Igel sein. Deswegen bedacht bei dem Straßenverkehr. Was auch wichtig ist, kein Müll in die Natur schmeißen. Das fressen oftmals Igel, gehen da vielleicht dran zugrunde, stecken den Kopf irgendwo rein, kommen nicht wieder raus. Das alles ist schlecht. Deswegen, Müll gehört in den Mülleimer und in die Entsorgung und nicht in die Natur. Dann gibt es noch eine seltene Deterra-Tarantel, die also in der Wilhelma in Stuttgart nachgezogen wurde. Und das ist also wirklich die ganz, ganz seltene Tarantelart. Es gibt also wenige hundert Tiere von denen nur in europäischen Zoos, die also regelmäßig nachgezogen werden müssen. Den Anfang hat jetzt also die Wilhelma in Stuttgart gemacht. Und wieso ist das überhaupt eigentlich so wichtig, diese Spinnen-Tarantelart zu züchten? Und zwar ist es nämlich so, dass die in Demisch auf einer Insel in der Nähe von Madeira, die ist unbewohnt, vorkommt und nur da leben. Und so eine Population kann natürlich sehr, sehr schnell aussterben. Und deswegen hat sich die Wilhelma auch dazu bereit erklärt, das Zuchtprogramm, das europäische Haltungszuchtprogramm an dieser Stelle zu, ja, durchzuführen, zu schützen und auch zu unterstützen. So, ich habe jetzt schon einmal ein paar Male die richtige Antwort von unserer Frage gelesen. Und zwar, welches ist das lauteste Tier der Welt quasi? Pistolenkrebs lese ich jetzt hier. Dann, mal gucken, was wir hier noch finden. Zikaden, Zikaden, Pistolenkrebs, so wie eine Kanone, richtig. Brüllaffe sind auch sehr, sehr laut. Die Grille und so weiter. Erstmal vielen, vielen Dank für eure Antworten. Ich löse das natürlich jetzt auf. Und zwar ist es nämlich tatsächlich der Pistolenkrebs. Bis zu 220 Dezibel kann dieser Pistolenkrebs laut sein. Das ist also somit das lauteste Tier der Welt. Aber viele Menschen wissen gar nicht, wie die Pistolenkrebser das machen. Und zwar haben die nämlich eine sogenannte Knallschere. Und immer dann, wenn diese Knallschere zukneift, gibt es also ein Druckventil, die durch ein Loch sehr, sehr schnell das Wasser herauspresst. Und daraus entsteht also quasi dieser laute Knall. Viel lauter als alle anderen Geräusche, die die Tierwelt macht. Und das ist also wirklich ein ganz, ganz spannender Mechanismus, den es in der Tierwelt wirklich nur hier gibt, beim Pistolenkrebs. Und deswegen ist es für euch, glaube ich, auch mal interessant zu wissen, okay, wie macht der Pistolenkrebs das eigentlich? So, da möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen zu unserer Woche und zu unseren zwei Wochen, was wir also in den letzten zwei Wochen getrieben haben. Und zwar waren wir natürlich sehr, sehr viel im Safariland in Stubenburg bei unserer Babygiraffe. Sind also dabei, auch weiterhin die kleine Giraffe, die übrigens jetzt Elli heißt, danke für eure ganzen Namensvorschläge, wieder in dieser Wanne einzugewöhnen. Das Wetter ist im Moment nicht ganz so optimal und daher ist es also auch gar nicht so einfach, jetzt zum Herbst hin das Ganze durchzuführen. Wir machen das aber und es ist also wirklich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, die Kleine in ihre quasi große Freiheit zu bringen. Und das ist also wirklich sehr, sehr spannend. Dann sind auch viele, viele Tiertransporte gelaufen. Ihr habt es heute gesehen, wir haben Strauße durch die Gegend gefahren und haben die zum Beispiel in ein neues Zuhause gebracht. Genauer gesagt, haben wir auch noch einen Vapiti-Hirsch wieder mal gefahren. Und Vapiti-Hirsche sind ja gar nicht so einfach zu transportieren, weil sie also wirklich von nichts Angst haben. Und wenn sie sich einmal an einen schönen Anhänger gewöhnt haben, dann haben die auch keine Lust mehr, diesen Anhänger zu verlassen. Und das ist also wirklich jedes Mal eine große, große Herausforderung, die Tiere wieder von dem Anhänger, von dem Transporter wieder herunterzulocken. Und das ist also wirklich auch sehr, sehr spannend gewesen. Dann war ich also diese Woche bei der Botanica in Bremen und dort haben wir also das neu eröffnete Affenhaus nochmal begangen und haben einen Tiertrainings-Workshop dort durchgeführt. Und das war also wirklich auch sehr, sehr spannend. Und Tiere sind großartig trainiert und die machen also wirklich in der Botanica Bremen übrigens einen ganz, ganz coolen Besuch mal wert, wenn ihr mal in Bremen seid. Wirklich alle Ehre und die machen da also wirklich sehr, 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 sehr gute Arbeit. Ja, dann waren wir noch in der Stadt Hardixen. Da gibt es einen Wildpark, das ist in der Nähe von Nordheim bei Göttingen. Und dort planen wir also eine Erdmännchenanlage mit und dieser Wildpark ist gerade quasi dabei, die Anlage zu bauen. Jetzt hatten wir eine Rohbaubegehung und sind also dabei, gerade diese ganzen Sachen weiter zu festieren, Entscheidungen zu treffen. Und das ist also wirklich auch sehr, sehr spannend. Die Stadt Hardixen leistet sich also dieses Erdmännchengege in ihrem Wildpark, der übrigens freien Eintritt hat. Und wenn ihr mal Wildtiere in Hardixen in der Nähe von Göttingen sehen wollt, dann könnt ihr da einfach mal vorbeifahren. Es kostet also keinen Eintritt, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut euch um, die haben auch ganz, ganz tolle Beschilderungen und wirklich sehr, 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 sehr nettes Personal. Schaut einfach mal vorbei. Die Stadt Hardixen hat da wirklich sehr, sehr großartige Arbeit geleistet und setzt sich also sehr stark auch für den Wildtierschutz ein. Und das machen die also wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze wird von Förstern und Waldarbeitern betrieben und Tierpfleger und die machen da also wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Und die Stadtverwaltung steht also wirklich sehr, sehr stark hinter dieser Sache und die machen das also wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann hatten wir diese Woche noch Ratssitzung in Coesfeld. Und da ging es auch um das Projekt Grimpinger Hof. Ich habe euch darüber berichtet. Es sollte ein Naturerlebniszentrum und Bildungszentrum in Coesfeld im Stadtpark entstehen. Das Ganze wurde abgelehnt vom Stadtrat. Leider muss man dazu sagen, aber muss natürlich diese demokratische Entscheidung verstehen. Die wurde jetzt nur einmal so getroffen, was also wirklich sehr, sehr schade ist. Ansonsten halten wir uns natürlich nicht von Projekten ab und geben natürlich weiter Gas und wollen in Zukunft auch weitere Bildungseinrichtungen, Artenschutzzentren und ähnliches planen durchführen und am Ende vielleicht auch selber umsetzen. Und da arbeiten wir wirklich sehr, sehr stark dran. Viele Projekte haben sich jetzt auch in den letzten Wochen schon wieder ergeben. Es geht also durchaus weiter. Leider an dieser Stelle nicht für Coesfeld. Trotzdem ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen, da auf jeden Fall einmal drüber zu sprechen, das Ganze zu diskutieren, das Ganze zu beraten. Und das ist jetzt tatsächlich erfolgt. Leider, wie gesagt, mit keinem Go-Ergebnis, sondern tatsächlich mit einem Ergebnis, was nicht so schön ist. Trotzdem geht es also auf jeden Fall weiter mit den ganzen Aufgaben, die wir haben. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch auf die Zukunft drauf und lassen Sie es auf jeden Fall an dieser Stelle nicht unterkriegen. So, Buschi ist jetzt hier mal wieder durch die Gegend. Ich gucke mal, ob er einmal Lust hat, noch bei mir vorbeizugucken. Komm mal her. Hey, Buschi. Komm mal her. Hat keine Lust. Er beckert schon wieder. So, jetzt bin ich durch mit unserer neuen Wildlife-Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues über Tiere und Artenschutz erzählen. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder einschaltet zur Wildlife-Zeit am Sonntag. Wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Samstagabend und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, entweder digital oder persönlich. Bis dann. Auf Wiedersehen, Freunde. Ciao.